Werte Freunde der Qual, willkommen zurück zu Sunstrike Forever in der deutschen Kampagne. Mir ging gerade jetzt beim Aufnahmestart, als sie auf den Knopf gedrückt hat, eine Frage durch den Kopf. Hat sich Fire Glow gedacht, ey, die Leute kennen die, ich sag's mal, Exploits, wie zum Beispiel, dass man die Erfahrung durch Training bewusst hochziehen kann, indem man jetzt wehrlose Gebäude beschießt? Haben die sich gesagt, das kennen die Spieler von Forever und wir planen das mit ein? Oder haben die sich tatsächlich gedacht, dass man mit null Erfahrung, also an null Erfahrung Einheiten, die Mission angeht? Ich hoffe nicht. Nun gut, Geschütz, bleibe bitte stehen. Und das andere ist unterwegs, das braucht halt ewig. Äh, was tut es? Da, okay. Okay, 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 okay. Der fährt Patrouille. Was er da tut, was das Geschütz da tut, ist jetzt erstmal irrelevant. Relevant ist, was wir da tun, nämlich abhauen. Weg. Weg. Weg, so, das Geschütz jetzt bitte nochmal stopp. Stopp, das hat doch keine Munition. Ich möge erstmal sofort hier hingehen, so. Äh. Ich lass jetzt grad hier in Scharfschützen kurz stehen. Der muss ja gucken. Bitte schieß auf. Oh. Ach, okay, da fährt seine Patrouille ab. Feuer. Okay. Ah. Artillerie ist bereit. Das Problem ist, ich hoffe, dass der Panzer jetzt nicht in dem Moment losfährt, wo wir jetzt noch hinlaufen. Okay. Kriegen wir den weg? Wo hat er seine nächste Patrouillenstation anvisiert? So, jetzt, jetzt laufen die, wohin die sollen. Oh, 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 oh. Ich hab was gehört. Wo war... Habt ihr auch einen LKW gehört? Und das war nicht unserer. Hier ist ein LKW. Nein, schlimmer, hier ist ein Spähpanzer. Ei. Stopp. Boah. Okay. Der ist da unten. Das war ja so klar. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Und jetzt erstmal den hier. Was bedeutet, wir müssen das auch scouten, wie wir da vorkommen können? Ah, ha, 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 ha. Ja, wir sehen den jetzt nur ab und zu. Hier sieht man schön, weil unser Einzermann in der Jagdhütte ist. Okay. Gut. Bitte geht da näher dran. Und dann hätte ich auch gerne einen auf Nicht-Feuern hier in Scharfschützen. Bereit zum Angriff. Jetzt die Frage, ist der Spähpanzer überhaupt eine Bedrohung für uns? Aber es wäre mir schon lieber, wenn der ausgeschaltet wäre. Er hat null XP anscheinend. Das ist wichtig, weil sonst sehen die, diese Fahrzeuge sehen sonst extrem weit. Nee, jetzt. Stopp. Drehen. Drehen, 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 drehen. Oh, 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 oh. Schnell, schnell, schnell. Bitte, 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 bitte. Oh. Weg mit dir, weg mit dir. Ah. Okay. Granaten. Wir müssen es mit Granaten versuchen. Hopp, nimm den Ra- Ist nicht wahr. Jetzt müssen wir zum ersten Mal davon Gebrauch machen, dass wir zum Biestand zu Beginn der Mission zurückkehren, was uns ja in Anführungsstrichen erlaubt ist. Okay. Da möchte ich jetzt kurz wissen, was uns hier erwartet. Da ist der Panzer. Den können wir jetzt mal kurz ignorieren. Er ist auch kein Gelände zum Verteidigen, muss man halt auch einfach sagen. Ah, hier ist nochmal Munition. Das bedeutet, der kann hier auch hier bleiben. Oh, nein. Stopp. Stopp. Ich verstehe. Ah, ja, ja, ja. Okay. Also, die Lösung scheint wohl zu sein. Ja. Tatsächlich. Jetzt hat er uns entdeckt. Kommt dann einfach mal vor. Lasst mal einfach gucken, was hier ist. Was würde uns dazu erwarten? Komm. Schreif mal den an. Ja, da kommen wir jetzt. Jetzt ignoriert den Mann. Fahr da einfach mal weiter. Hm? Leer, leer. Das haben wir alles hinbekommen. 2-Panzer. Hier ist auch jemand drin. Im Öltank. 2-Panzer. Hier war ein 3. Oder ist es der, der da herangeführt wird? Okay, gut. Verstanden. Uh. Also. Ne, dann war der ursprüngliche Plan gar nicht so komplett bescheuert. Muss man es schon sagen. Wir postieren uns hier am Fluss. Feuer einstellen. Jetzt ziehen wir alle mal weg. los, 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 los. Schnell. Wir wissen, hier kommt ein Panzer hin und dann noch ein zweiter. Weiter zum Angriff. Wir einstellen. Wir hoffen, dass wir den rausnehmen können. Hier sind mit 2, 3 Panzern zu rechnen und hier ist jemand drin. So, hier kommt ein BA. Spähpanzer. Den können wir eigentlich ignorieren. Was für unser Feldgeschütz wichtig ist. Ja, jetzt hat es die Munition aufgebraucht. Aber, ja Gott, konnte ja jetzt niemand ahnen, dass wir die. Ja, das ist jetzt blöd. Komm. Komm, 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 komm. Komm hier hin. Gut. Also. Hier erscheint jetzt gleich eine Patrouille. Richtig. Dann hoffen wir, dass wir jetzt mit einem besseren Winkel von der Seite den T-34 raus holen können, bevor es zu spät ist. Okay. Dann kann ein Schrabschütze doch... Okay, da kommt er. Versuchen hier den Öltank aufzuräumen. Perfekt, das geht auch. Da ist noch ein Mann drin. Bereit zum Arschlein. Ach, das... So ein... Schnell. Ja. Nee, okay, jetzt... Vorwärts. Okay. Wegen dem Einmann... Nee, da lade ich jetzt nicht neu. Aber es ärgert mich. Nee, jetzt... Das Spiel will mich trollen. Das Spiel will mich eiskalt trollen. Und jetzt fährt er weg. Er fährt weg. Und sein Kollege auch. Oh. Also hier steht auch ein Panzer. Hier patrouillieren welche. Ah, da kommt er wieder. Kommt er wieder. Okay. Stopp, 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 stopp. Ah, da fehlt nicht mehr so viel. Kommt zu unserem Scharfschützen. Kommt zu Papa. Bereit zum Angriff. So. Bitte benutzt das hier. Schön nebendran. Noch sehen wir den hier nicht. Bereit zum Angriff. Gut. Und dass sie diese Gänse temporär mehrere Panzer, die patrouillieren. Schenkt uns doch einfach ein LKW, lieber Entwickler. Oder vielleicht gab es den sogar hier oder hier. Und wir haben es halt vermasselt, weil wir sozusagen einfach weiter sind. So weitergegangen. Ja, das ist viel Wartezeit, ne? In der Partie. Aber man muss mit Frust umgehen lernen. So wie damals beim Spielen von Hell It Loose. Wer Hell It Loose noch nicht kennt, das ist so ein... 50 gegen 50. Zweite Weltkriegsspiel so vom... Wie sie spielt, so wenn er von einem Extre... Extreme. Äh. Wenn er als einen Extremen Call of Duty Modern Warfare gibt. So wie sich das spielt und so. Und am anderen Ende gibt es Arma 3. Dann ist es so irgendwo in der Mitte. Mit starker Tendenz zu Arma 3. Aber halt immer noch... Äh. Geht die Lade nach. Sehr schön. Gaming orientiert. Also so ein bisschen... Realismus ist kein Selbst... Weg. Scharfschützefeuer öffnen. Sehr schön. Sehr schön. Schnell. So und dort hatten wir auch mal eine frustrierende Partie. Auf Seiten der Deutschen. Wir wurden alles zurückgedrängt und es lief alles nicht gut. Wie genau die Partie war... War... Ist auch egal. Es wurde halt echt frustrierend. Und es ist ja alles über... Voice over IP Kommunikation. Sprich man spricht sich ab mit anderen. Und der Chat wurde... Beziehungsweise der Voice Chat wurde immer toxischer. Und es ging hauptsächlich darum. Dass wir... Jetzt erstmal gucken was hier passiert. Vorwärts. Komm. Ja. Ja. Sehr schön. Unser erstes Opfer. Aber das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich. So. Zweites Geschütz kann uns jetzt hier... Dazu stoßen. Wir machen jetzt hier mal eine sogenannte Sniper-Falle auf. Würde ich es mal nennen. Noch zwei, drei normale Soldaten. Auf jeden Fall. Wir wollten ein... So. Stellt euch vor, wenn jetzt die Front hier war. Wie auf dieser Linie. Wir waren hier und wir wurden immer weiter vom Rest der Karte zurückgedrängt. Und wir wollten hier Luftlande-Unternehmen da haben. Ein Airhead heißt es im Spiel. Wo man dann quasi Verstärkung mit Fallschirmjägern bekommt. Also Spieler abwerfen und... Spawnen kann. Echt? Das Spiel? Das will einen echt ärgern hier. Was? Und wo werden die beschossen? Okay, okay, okay. Komm du hierher. Das ist jetzt natürlich logischerweise... Weg da. Kann ja nur das Fahrzeug sein. Weg da. Du musst es spät ist. Okay, die machen das schon. Weiter zurück. Da ist der. Stopp. Wow. Das ist ja hier. Was? Okay. Ich bin nicht sicher, ob das klappt. Aber ich hoffe es. Das ist ja hier. Das ist ja ein nettes Empfangskomitee. Das will jetzt Offizier bitte hier feuern. Mach mal den platt. Platt mit dem. Wow. Nein. Ah. Ba, 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 ba. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Schalke, ne? Wie man so schön sagt. Eindrehen. Und ihr alle hier weg. Einfach weg. Ah, da fährt er weg. Oh. Interessant. Interessant. Wieder hin. Wo war das jetzt? Ich komme nicht dazu, meine Geschichte fertig zu erzählen. Aber das geht ja auch nicht, weil hier dauernd was passiert. Ich glaube nicht, dass unser Feldgeschütz richtig was da dagegen ausrichten kann. Ich hoffe, dass wir den... Die SU wird uns... Die wird uns zerlegen. Die wird uns da zerlegen, wenn die da an... Anne kommt. Wenn die da nah genug rankommt. Dann hebe ich mir die Geschichte, wie sie weitergeht, für später auf. Vielleicht ergibt sich's noch. So. Weltgeschütz. Bitte näher dran. Ui, ui, ui. Also, wie steht hier die Lage mit Munition? Ist ganz gut. Unsere Abwehr hier sollte eigentlich stehen. Spitze hier rein. Und dann noch... Sag mal, auch hier eine rein. Ja, hier da rein. Ich möchte ein bisschen Blick aufs Geschehen haben. Hier ist irgendwo noch eine SU. Und ich habe nicht gerne einen Jagdpanzer im Rücken. Er kann auf jeden Fall schon mal so rumdrehen. Sehr schön. Ah, da kommt jemand. Oh, 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 oh. Scharfschütze bitte ein hierhin. Und Scharfschütze noch... Wo setze ich da hin? Müssen die rausnehmen? Oh, das schaffen wir nicht. Nie im Leben. Frontal. Wir können nur hoffen, dass... Ja. Das ist nicht unser Verdienst, dass das jetzt klappt. Absolut nicht unser Verdienst. Der Gegner schickt hier Verstärkung hin. Das ist absolut nicht unser Verdienst. Uiuiuiui. Mal hier checken. Hier. Ah, ja, ja, hier drin. Okay, da kommen sie. Und das macht unser Scharpschütze schon. Dann der zweite Scharpschütze auch her. Da geht er auch rein. Das haben wir gesehen. Bereits im Angriff. Ist die Frage. Noch mehr Russen. Nehmen wir die Russen jetzt da raus? Sind die für uns wirklich eine Gefahr? Aber hier ist halt viel Munition. Oder ist es nicht einfach hier gerade Zeitverschwendung? Unser Einsatzziel ist es ja nicht, hier den Ort zu halten. Das ist hier halt viel Munition. Aber hier war auch noch eigentlich ein bisschen Munition. Wenn wir hier wären, da kommen sie immer wieder. Hm, echt schwierig einzuschätzen. Woh, 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 woh. Ach. Wo sind Scharpschützen? Der hier darf jetzt auch feuern. Ne, wir nutzen die Gelegenheit. Leute, wir nutzen die Gelegenheit, wir dünnen die Russen hier aus. Es ist beschlossene Sache. So, äh, hier auf Feuer. Artillerie ist bereit. Nun gut. Klar, die gehen jetzt in die Gebäude rein. Das ist jetzt blöd. Artillerie ist bereit. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Kann man das nicht echt mitnehmen? Das wäre so, so toll. Stopp. Mach den weg. Mach den weg. Mach den weg. Oh. Oh. Zeit zum Angriff. Hm. Ich gucke jetzt noch gut, was hier sonst noch passiert. Herr Oberst. Feuer öffnen. Schnell. Feuer frei. Herr Oberst. Feuer öffnen. Wir wollen da jetzt den möglichst viele schmerzhafte Verluste bereiten. Bereit zum Angriff. Damit die uns nicht später ärgern können, so. So, sehr gut. Sie fahren quasi in unseren Hinterhalt rein. Ja, wer hat hier was abbekommen? Ich kann es nicht genau deuten. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nicht den Wald verlassen. Nicht den Wald verlassen. Hier in den Wald. Wow. Der Schreck. Jagen wir halt immer wieder in Schrecken ein. Du gehst auf den. Du gehst bitte auf den. Bitte auf den. Bitte auf den. Hallo. Komm. Das muss weg. Das Ding. Zurück. Rückfluten. Sehr schön. Panzer zeigt die Seite. Die Rückseite. Wegwehen. Weggehen. Sehr schön. Hoffentlich ist es das wert, dass wir hier versuchen, auszudünnen. Mach den weg. So, er hat da keinen Schusswinkel. Weg hier. Da kommt wieder einer. Ach, die sind überall. Oh, weg hier. Okay. Wir müssen das anders. Ah, die sind ja besetzt. Ach. Können wir da ja natürlich jetzt nicht helfen. Wow, die kommen hier ganz schön massiv. Dahin. Dahin. Jetzt mehrere Scharfschützen. Artillerie ist bereit. Wir sind festgenagelt, Leute. Ja. Wir können aktuell unsere Position halten, aber wir kommen nicht vorwärts. da kommt wieder so ein Viel-Spaß-Verderber angefahren. Dann hoffen wir, dass wir den hier treffen. Komm. Nein, 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 nein. Der da ist das Ziel. Der da, der da, der da, der, 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 der da. Peace. Ja. Komm. Boah. Oh. Warte. So. Lösen. Wir lösen uns jetzt doch von hier. Es ist jetzt zwar schön hier, die sowjetische Verstärkung auszudünnen, aber das, das geht nicht auf Dauer gut und wir können uns hier besser festsetzen. Stopp. Oh, das haben die uns auf dem falschen Fuß erwischt. Komm. Komm, 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 dreh doch, dreh doch. Muss ich das alles selber machen? So, manuell drehen. Jetzt. Oh. Ah. Nein, das wird nix. Oh, das wird gar nix. Das wird gar nix. Das wird nix. Oh, nein. Oh. Oh. Okay, wir müssen uns grundsätzlich entscheiden. Verlassen wir diese Ortschaft hier unten? Lassen es einfach. Oder nehmen wir die sowjetischen Verstärkungen hier auseinander, indem wir uns hier intelligent positioniert im Ort festsetzen. Ich denke, wir machen letzteres, weil so schnell werden wir hier nicht durchstoßen. die Alternative wäre, dass wir uns hier vorarbeiten, aber da werden wir von allen Seiten überrannt. Wir müssen die Sowjets ausdänen. Respekt, liebe Entwickler. Ihr habt wirklich meinen Respekt. Ich habe nicht mit so einem sowas gerechnet. Rocken ist jetzt zu hartes Wort, aber ich bin beeindruckt. bin wirklich beeindruckt. Also, Ort besetzen. Alle zurück. Alle zurück. Komplett das ignorieren. Also, ein Geschütz sollte hier hin. Das andere Geschütz das können wir jetzt halt gern so positionieren, dass es auch wirken kann. Das könnte hier hin. So, nicht feuern. Sofort da rein. Nicht feuern. Sofort hier rein. Nicht feuern. Sofort da rein. Und noch ein Mann hier rein. Ein anderer Mann da rein. Und vom zentralen Gebäude aus und hier die zwei Gebäude. Und das kann man gut feuern. Machen die Scharfschützen einer kommt hier rein. Einer kommt da rein. Noch einer hier rein. Und noch einer da rein. Sollen unsere Scharfschützen ein bisschen räubern. und hier drüben machen wir auch noch jemand rein. Und dann gucken wir mal. Wir verteilen das schön sinnvoll. Wir gucken mal, wie wir das ganz genau machen. So. Jetzt kommen die da halt schon. Stopp. Auch Stopp. Du hier rum. Wenn wir das jetzt hier oder werden wir auch auf dem falschen Fuß erwischt. Och, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Komm, mach den weg. Mach den weg. Oh, okay, das sieht gut aus. Wir können doch hier hinfahren. Komm. Okay. Weiter hier hin, du hier her. Das ist jetzt bedauerlich, aber das können wir jetzt nicht ändern. So, der bleibt jetzt hier am Leben, weil er im Geschütz drin ist, oder? Nee, tut er nicht. hier, dann müssen wir noch einen ranholen. Stopp. Doch, nee, 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 einfach schnell hierher. So, Scharfschütze kann bitte noch einer hier rein. Und dann sonst sieht es ganz gut aus. So. Da kommt jetzt auch einer. Dann soll mal die mal hier bitte sofort weg. damit wir hier auch nicht erwischt werden von diesem Späher der Sowjets. Ah, das ist jetzt natürlich bedauerlich. Werde ich so schnell kommen. Hier auch feuern. Okay, gut. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wollte uns sehen. Ich weiß nicht, ob es für den einen reicht. Ich hoffe es. Ah, es reicht nicht. Aber er lässt sich ablenken. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt wird die Schwierigkeit, dass wir das Geschütz herangeführt bekommen. Müssen doch die weiter hier hinten stehen haben. Komm, 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 schnell rein, schnell rein, schnell rein und jetzt schnell hier hin. Gut, gut. 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 Nein. Bleibt da stehen. Ja. Oh. Es ist... Es ist doch nur ein Spiel, ne? Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein tolles, wundervolles Spiel. Scharfschütze hier rein. Zweiter Scharfschütze da rein. Dritter Scharfschütze hier rein. Hier der Scharfschütze hier rein und dann war hier noch einer. Der hier da rein. Nicht feuern hier rein. Nicht feuern da rein. Nicht feuern hier rein. Und dann nicht feuern da rein. Also das Problem ist auch, der Korridor hier ist gefährdet. Meine Güte. So, das will ich jetzt hier noch abgewartet bekommen, dass wir diesen Aufmarsch da hinbekommen. Ja, hier wäre die Anhöhe gewesen. Da hätten wir natürlich... Deswegen war die dann da. Okay. Nun gut. Wir verteidigen jetzt weiter hinten. Und hier ist auch der bessere Winkel zum Hinkommen. Da sind wir sicherer und sehen früh, ob da was kommt. Das reicht schon nicht. Doch, geht da rein. Das reicht, das reicht, das reicht. Das schafft er, selbst wenn er den zieht. Soll er halt. In der Zeit, wo er hier ist, kann er schon nicht die anderen behelligen. Das ist jetzt einfach der Masterplan dahinter. Das ist jetzt... Ah, ein Panzerabwehrkanone ist natürlich schwieriger, klar. Er ist schwerer. Klar, der wird das nicht überleben, aber uns geht es hier gerade um Zeit zu gewinnen. Komm, 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 komm. Schnell rein, schnell rein. Unerkannt. Sehr schön. Stopp. Stopp. Komm. Oh, komm. Mach den Baum weg. Wir haben die erste Reihe komplett gesehen. Das ist natürlich toll. So. Komm hierher. So. Gucken wir mal, wie das ändert. Gut für uns. So. Irgendwie. Die ziehen sich zurück. Das heißt, sofort. Sofort nachbesetzen. Ei, 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 ei. Hier unser Scharfschützen-Nest. Schön hier in den Wald. Gucken wir, ob das klappt. Ah, nein. Natürlich kann es nicht klappen. Natürlich kann es nicht klappen. Denn dort steht ja noch der hier. Der BA. Kommen wir da hin? Nee, nicht wirklich. Aber wir können hier ein bisschen für uns so Ja, komm, komm, komm. Bitte. Kingen wir den über. Jetzt, komm, komm, komm. Ja. Ja. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Komm näher. Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Oh. Freuert. Uh. Das wird jetzt lustig. Zurück. Zurück. Zurückfluten. Zurückfluten. Keiner wird es nicht schaffen, denke ich. Komm, komm. Aber provoziert die noch mehr, dass die hier sich zeigen. Sehr schön. Immerhin das klappt. Und wir müssen das Geschütz in Stellung bringen. Wir müssen einfach da drauf warten. Die kriegen wir rausgenommen. Gut, das klappt. So. So. Okay. Bereit zum Angriff. Herr Oberst. Schnell da rein da. So. Auch schnell da rein. Reale 4 nicht feuern. Der hier kann auch da rein noch versuchen zu kommen. Boah. Erste Mini-Krise abgewendet. So. Dann hier in den Bäumen drumherum postieren wir jetzt auch noch Soldaten, damit wir jetzt... Artillerie ist bereit. Es kann jetzt richtig in die Hose gehen mit ein bisschen Pech. Boah. Genau. Das wollte ich ver... Schieß doch. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh, wow, 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 wow. Das hätte jetzt richtig, richtig, richtig in die Hose gehen können. Und es ist in die Hose gek... Wir haben unsere... Das Spiel macht mich fertig, ey. Alles war umsonst. Alles war völlig umsonst. Wir haben nur ein Feldgeschütz. Wir verlieren unsere Panzerabwehrkanone. Ach. Können nichts dagegen tun. Die geht in die Luft, die ist dann kaputt. Ja. Komm, steig doch aus. Ist doch eke. Ja, das war's. Da ist sie. Da ist sie. Dahin. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ob wir jetzt da auch wieder neu laden, aber das ist... Ich würde sagen, nee, komm, nein. Ist jetzt okay. Los, 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 los. Ist jetzt halt so. Warten wir, bis sie in die Luft geht. Toll. Ja, komm, ich bin ehrlich frustriert. Ja, Feldgeschütz ist immer noch nicht schlecht. Also, das andere Geschütz hätte uns echt viel geholfen. Wirklich, wirklich viel. So. Komm. Ich will das Ding weg haben von der Karte. Müssen wir noch einen Meter ran. Ja, hab ich doch gewusst. Es müsste so reichen. Komm. Wow, 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 wow. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute.